. Ich habe vor vier Jahren meinen Traum erfüllt mit der eigenen Töpferei. Ich habe seitdem echt viel Freude daran an diesem Job. Und es ist so vielseitig. Ich komme rein und kann einen Tag lang mal malen. Dann kann ich an der Drehschiebe zum Beispiel Krügel oder Tassen drehen oder je nachdem, was ich gerade brauche. Also ich habe halt das Handwerkliche und das Künstlerische in einem. Und genau das ist das, was ich halt früher schon immer gern gemacht habe. Und von dem her ist das echt mein absoluter Traumberuf. Was mich natürlich auch echt freut, ist, wenn die Lieder in der Lade kommen und sich was raus suchen und sie dann mit einem strahlenden Gesicht wieder raus gehen. Oder wenn Kunden zu mir kommen und sagen, sie haben schöne Sachen bei mir gekauft und sie trinken bloß noch aus der Tasse. Das gibt mir echt ein richtig gutes Gefühl. Und so mache ich den Job natürlich noch viel lieber. Ich bin Sophie und ich habe mein Töpferei das Alpgefühl in Ofterschwang. Ich bin Sophie und ich habe meine Töpferei das Alpsoe Untertitelung des ZDF, 2020